Berufswahl-Event in der Flums-Reiz-Flums. Einmal mehr geht es darum, dass eben Berufswahl nicht zur Lotterie wird. Über 50 Firmen aus Industrie, Handel und Gewerbe aus der Region Saganzenland und Umgebung haben sich präsentiert und den Jugendlichen einen Einblick gegeben. Ich habe mir den Laufbahnberater der Berufswahl Saganzenland, Markus Roth, gefischet und er hat diverse Leute befragt. Christian, du bist Lernende, Schreiner. Was zeigen dir den Schülern, die zu eurem Stand kommen? Ja, wir zeigen, was wir aus dem Mahltag machen, die ganze Woche. Und auch die Schulmöglichkeiten. Was du in der Schule machst, was du in der Schule brauchst. Dann die Sonne- und Schattenseite. Ja, das wäre es. Für was interessieren sich die Schüler? Was haben sie für Fragen? Sie können auch so einen Briefhalter machen, wie uns auch noch. Und das interessiert sich noch. Haben Sie Probleme zum Lernen? Ja, wir haben im Moment ein wenig Mühe. Aber wenn es den Wirtschaftern ein bisschen besser geht, geht es uns ein bisschen schlechter. Und das Handwerk ist einfach schwierig zu zeigen, den Jungen. Dabei ist es so ein schöner Beruf. Wir haben sehr viel Abwechslung, viele verschiedene Leute, Kundenkontakte. Das ist ein super schöner Beruf. Ich hoffe, es gebe wieder ein paar Lernende. Und Glück bringt ihr ja auch, oder? Das kommt noch dazu, jawohl. Für das sind wir ja berühmt. Das kommt ja darauf zurück, weil früher noch viele Städte runtergebrannt sind. Weil wirklich Chemie gebrannt haben, oder? Vom Ruess. Haben wir heute weniger. Haben wir immer noch 2-3 Mal im Jahr. Aber viel weniger. Durch das gute Putzen fliegt die Sonate weg. Was sind die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um Chemie zu werden? Wichtig wären normale Umgangsformen. Anständig sein. Ein bisschen robust. Ein bisschen körperlich robust. Damit wir ein und draussen sind, oder? Vielleicht gutes Vorstellungsvermögen wäre noch wichtig. Wenn wir mir gleich vorstellen können, wo der Zug durchgeht. Vom Rauch bis er im Chemie ist. Das wäre etwa alles. Ganz einfach gesagt. Wie ist das gewachsen, oder wie hast du es am Anfang erlebt? Ja, wenn ich an die ersten Events zurückdenke, das war natürlich ein kleiner Anlass gewesen. Wir an und anzumal mussten jahrelang den KV-Stift stellen, weil niemand anders vorhanden war. Aber es ist schön, wenn wir heute einschauen. Das hat sich heute geändert. Ich finde das toll. Die Entwicklung ist super. Wieso seid ihr mit eurer Firma hier im Berufsfall-Event? Weil wir nicht so bekannt sind. Und ja, es weiss niemand, dass wir ausbilden. Und darum sind wir hier. Wie ist die Resonanz auf euren Prüfe? Das sind grundsätzlich Standard-Prüfe. Wir haben jetzt nicht etwas zum Bieten, das man noch nicht gesehen hat. Aber grundsätzlich sicher rückläufige Prüfe. Der Elektroniker ist nur so einfach zu finden, wie es damals war. Aber es ist gut. Es ist zum Zeigen gut. Sie kann etwas löten. Sie kann etwas machen. Sie kann etwas mit Hause nehmen. Was für Prüfe interessieren die meisten? MPA und Dentalfacher. Habt ihr etwas gefunden, um zu schauen? Wir sind noch nicht so lange hier. Das ist das Erste, das wir gerade machen. Was interessiert dich? Hotel-Kommunikationsfachfrau und auch MPA. So ein bisschen typische Mädchen-Prüfe sind das, oder? Ja. Aber schaust du auch andere Sachen an? Ja, natürlich. Was ist das für ein Modell? Das ist ein Smart Home-Modell, wo man zeigen kann, was man in der heutigen Haustechnik alles realisieren kann. Mit Anbindungen an das Telefon, wo man von extern, wenn man nicht zu Hause ist, Licht schalten, kontrollieren, wie der Status des Hauses ist, Technik. Oder eben das simuliert. Hier können wir zum Beispiel das Garagentor öffnen. Zack, geht das Garagentor auf. Und das kann man natürlich auch alles, wenn man nicht zu Hause ist, prüfen. Man kann auch die Kamera einbinden. Man hat Wetterstationen, wo zum Beispiel Aussenbeleuchtung schaltet, wenn es dunkel wird. Die PV-Anlage hat man die Werte auf dem iPad, kann man schauen, was produziert wird. Wenn man das Haus verlässt, kann ich hier unter das komplette Haus dunkel machen. Mit einem Knopf. Das sind einfach so Dinge, die einem den Alltag erleichtern sollen. Und so ein Modell bauen, ist das Lehrlingsarbeit oder könnt ihr das noch nicht? Das ist Lehrlingsarbeit. Natürlich in Zusammenarbeit mit den Lehrlingen, und das ist natürlich auch ein schönes Modell, um etwas zu üben. Auch die ganze Programmierer dahinter mal anzuschauen. Haben ihr jetzt für eure Berufsgruppe auch Maidler, die sich interessieren oder nur Buben? Es gibt auch Maidler. Das Jahr war eine bis zum Schnupperen. Und die will auch wirklich Automatikerin lernen. Aber sonst ist es schon eher Bubenlastig. Das ist ja so. Also ich mache hier gerade einen pH-Indikatorversuch. Ist das gefährlich? Nein, nicht wirklich. In der richtigen Hände nicht. Gut, dann schauen wir mal ein bisschen, was du da machst. Ja gut, das kann ich euch gleich präsentieren. Sekunde. Arbeitssicherheit ist das wichtigste. Ja. So. Das ist aber ein pH-Indikator. Da nehme ich jetzt Natronlauge. Und mit einem Tropfen Natronlauge passiert es schon. Und das Ganze kann man auch wieder rückgängig machen. Und Stück für Stück geht es wieder zurück. Wie Zauberei, oder? Ja, wie Zauberei. Was machst du für einen Beruf bei Käppelin? Strassenbau. Welches Lehrjahr? 13 Lehrjahr. Und? Guter Beruf? Sicher. Bester Beruf. Also ist das Interessante daran? Ja. Ja, alles. Was ist interessant? Belage? Steine setzen? Neue Strassen konstruieren halt. Was ist speziell an diesem Beruf? Ja, er ist sehr vielseitig eigentlich. Und ja, man kann überall arbeiten. Für Auswärtigen. Es ist ein sehr schöner Beruf. Es sollten mehr Leute in diesem Beruf haben. Und ist es speziell als junge Frau in diesem Beruf zu sein? Ja, speziell nicht. Es ist einfach nämlich anders. Es ist auch schön. Es hat wahrscheinlich nicht so viele junge Frauen, die das lernen. Also das Buch ist Berufsschule und jetzt hat es vielleicht alle Jahre etwa eine Frau. So im Durchschnitt. Wieso der Beruf? Müllerin? Ja, ich weiss auch nicht. Also mich hat es einfach fasziniert. Wenn ich etwas schnuppere, bin ich zuerst am Müller. Aber schlussendlich hat es mir gefallen, mit Rost zu tun. Also ich mache jetzt Tierfutter, es gibt ja zwei Richtungen. Das Mischen und das alles, das hat mir gefallen. Aber Frauen in diesem Beruf sind wahrscheinlich eher selten, oder? Ja, ich bin jetzt in der Produktion hinten. Die einzige Frau. Ich weiss nicht. Ich glaube, ich bin auch die ersten, die es ausbilden als Frau. Aber es gibt sicher auch irgendwo. Und es gibt auch Frauen, die das machen. In der Mehlmühle zum Beispiel. Dort gibt es sicher Frauen. Ja. Ist es denn streng körperlich? Ja, es ist sonst körperlich anspruchsvoll sicher auch. Aber es funktioniert. Mit der richtigen Lupftechnik und so, ja. Wieso wird man Ausbildnerin? Was tut man denn da reizen? Mich reizen ziemlich viel an dem Ganzen. Also ich finde die Arbeit bei jungen Leuten sehr lässig. Ich gebe auch gerne mein eigenes Wissen weiter. Und für mich ist vor allem auch die Entwicklung des Berufs sehr wichtig. Also die Qualität und die Weiterentwicklung des Pflegeberufs ist für mich sehr wichtig. Was muss man mitbringen, um mit jungen Leuten zu arbeiten und sie weiterzubringen? Ich glaube, eine gewisse Offenheit und Spontanität ist sehr wichtig. Und auch ein grosses Mass und Toleranz für verschiedene Verhaltensweisen, verschiedene Kulturen und Backgrounds. Möchtet ihr da etwas für die Schule ausfüllen? Ja. Was denn? So ein Blatt, wo Fragen daraus sind. Ja. Die müssen wir halt einfach schilen. Dann müssen sie zu verschiedenen Ständen. Ja. Wir müssen zwei Prüfe aussuchen. Und die müssen wir halt beantworten. Und die müssen wir halt beantworten. Netzelektrikerin. Wieso lernt man das als junge Frau? Weil ich einfach Priorität habe in einem Prüf. Ich will draussen arbeiten. Ich will mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ich will einfach auch weiterkommen im Leben. Einen Prüf haben, den man immer wieder braucht. Und Netzelektriker bietet mir das. Was ist denn schön an diesem Beruf? Mein Beruf ist relativ sehr abwechslungsreich. Man macht viel. Man ist draussen, bei schönem und wärstem Wetter. Und man arbeitet im Team. Was muss man mitbringen, um diesen Beruf zu bewältigen? Man muss sicher mitbringen, dass man kleintechnisches Verständnis hat. Gern auch in der Natur arbeitet. Man darf sicher keine schrissvortragenden Hände haben. Und Höhenangst sollte man keine haben. Geschätzte Gäste. Ganz herzlich willkommen zum Abendprogramm vom 10. Berufswahl-Event. Den ganzen Tag haben sich Jugendliche und auch Ältere vorgestellt, wie ihr Weg zur Berufserfüllung gekommen ist. Er hat Automechaniker gelernt, hat Militär gemacht und macht jetzt Diagnostiker. Er hat fairejobmässig geschnuppert, Elektroplaner und ist jetzt Automatiker. Ja, und sie ist Spanierin. Sie ist ungefähr drei, vier Jahre hier. Hat eine Polizeischule machen, glaube ich, in Spanien. Ist nicht dazu gekommen, ist jetzt im Moment aber Produktionsmechanikerin eben bei Bart. Sie hat die Handlung gemacht. Möchte nachher eine Fachhochschule auf technischem Bereich machen, so wie ich verstanden habe. Macht eine Way-up-Lehrt, damit sie das technische Know-how hat. Und ist eben auch jetzt momentan eben bei Bart Toilette. Sie kommt vom Flumserberg, hat immer gewusst, sie will nicht in die Kante gehen. Macht jetzt eine KV-Lehrt bei der Raiffeisenbank und ist auch voll begeistert. Sie sagt, sie sei inzwischen fast ein Teenie geworden. Jetzt, weil sie zusammen ist eben mit den Jugendlichen. Er hat ursprünglich mal Beckkonditor gelernt. Sie war bei der Spitex tätig. Sie ist Mutter und macht momentan eben Malere. Sie hat Sozialjahre gemacht. Sie hat dann Coiffeuse angefangen. Das hat ihr nicht so gepasst. Sie hat einen technischen Bereich gesucht. Sie hat ein Jahr lang Praktikum gemacht bei Bart Toilette. Und ist jetzt eine Produktionsmechanikerin. Er kommt von Eritrea. Er ist vier Jahre hier. Und da ist sie dankbar, dass er bei Bart Toilette Megapraktiker machen kann. Ich finde es immer wunderbar, wenn man das von so jungen Leuten hört. Und wie frisch sie das erzählen. Das ist natürlich wirklich super. Jetzt hören wir noch eine ganz andere Richtung. Nämlich einen Berufsbildner. Nicht ganz zufällig ist es der gleiche Berufsbildner, wie wir hier schon vier Leibchen sehen. Jetzt wollen wir noch hören, was für den Berufsbildner wichtig ist. Und da bitte jetzt auf die Bühne der Michi Walzer von der Bart Toilette AG. Die Herausforderungen sind erstens die demografische Entwicklung. Also es hat sich gewandelt von dem, dass eigentlich die Lehrstelle nicht zu wenige Lehrstellen hat, sondern es hat grundsätzlich fast zu viele. Also die Schüler können auswählen, nicht mehr die Lehrbetriebe. Das ist sicher für die Lehrbetriebe selber ein bisschen schwieriger. Grundsätzlich die ganze Digitalisierung, wo wir hin, ist ein Wandel, eine Umstrukturierung im Gang. Die Einflüsse, wo die Jugendlichen hin, also sie müssen multitaskingfähig sein. Nebst dem, dass sie irgendwo im Instagram sein müssen, müssen sie gleich an der Maschine an irgendein Programm schreiben. Es ist herausfordernd. Und einfach grundsätzlich, was ich will sagen, die Jungen sind nicht schlechter als früher. Sondern ich habe das Gefühl, im Gegenteil. Also ich in diesem Alter hätte es nicht auf die Bühne stehen können. Vor dem ganzen Tag waren es vor Kindern zu sprechen, jetzt noch vor erwachsenen Personen zu sprechen. Und ich habe, deutsch gesagt, in die Hose geschissen, wie ich das in diesem Alter hätte machen müssen. Und sie haben es wirklich super gemacht. Und die Herausforderung für uns ist, wir können Rohmaterial herüber, ich sage jetzt einmal dem, von der Schule her, von der Volksschule her. Das sind ungeschleifene Diamanten. Und wir müssen zum Schluss noch schleifen. Ich sage immer, sobald einmal einer nach dem Finger waschen das Brunnen runterputzen kann, dann haben wir schon die Hälfte erreicht. Und ja, das klingt jetzt ein bisschen überspitzt. Aber was ist das Brunnen runterputzen? Früher, wenn sie noch jung sind, macht das Mutter zu Hause, das muss man ja nicht. In der Schule macht das Rabart, das muss man auch nicht. Das Brunnen ist einfach immer sauber. Aber später im Berufsleben ist es so, dass man nicht gebäbeln wird. Man muss eine Leistung bringen, vor allem wir hier im Hochlohnlohn-Schweiz haben das Problem, dass wir die Leistung bringen müssen. Mehr als alle anderen. Wir verdienen auch eine Ecke mehr als alle anderen. Und da macht es es nicht leiden, dass man denkt, einen anderen macht es dann. Man muss es auch nicht um das schauen. Bei uns jetzt speziell lernen die Lehrlinge auch von Anfang an, vom ersten Lehrern weg, mit den ganzen Kosten umgehen. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir brauchen nicht nur Berufsleute, die einfach ihre Arbeit machen können, sondern wir brauchen Berufsleute, die mitstudieren. Das müssen kleine Unternehmer sein. Also ich bringe ein Beispiel. Bei uns sind die Werkzeugschubladen. Sie sind angeschrieben, was für ein Werkzeug, jetzt nicht mehr ein Bohrer, und dann ist immer der Preis drin. Der kostet 2.30 Franken. Wenn er kaputt macht. Ich habe 50 Franken in der Stunde, die ich verdiene. Dann könnte es sich noch herausrechnen, wie lange es arbeiten muss. Wenn es jetzt aber einen H-Metallbohrer nimmt, der 150 Franken kostet, der geht kaputt. Dann müssen sie wieder 3 Stunden arbeiten, bis nur einmal das Material gedeckt ist. Und das Bewusstsein, das wollen wir ihnen einfach mit auf den Weg gehen. Das Wissen, was mit den Kosten zusammenhängt. Früher war der Unterschied, dort hat nur der Chef der Zahlen Bescheid gewusst und der Mitarbeiter, der hat nur so geschaut, dass er seine Teile richtig herbringt, seine Arbeit sauber macht. Und ich denke, die Herausforderung heute ist, jeder einzelne Mitarbeiter muss in der Lage sein, auch das ganze wirtschaftliche Dinge mitzubringen. Und das probieren wir ihnen, oder tun wir ihnen, Micky eigentlich schon in den jungen Jahren auf diesem Weg. Und vielleicht noch einmal zu dem Rohmaterial. Die Jugendlichen sind nicht schlechter als früher, obwohl man immer ausruft und sagt und tut. Man muss es nur richtig nehmen, man muss es führen. Sie brauchen eine strafe Linie, die geführt werden müssen. Und man muss es fordern, weil es ist mehr drin, als man manchmal das Gefühl hat. Und das ist eigentlich das, was ich hier sagen will. Danke. Applaus Applaus